Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Heute IOTA an der Reihe. Ich weiß, IOTA sehr sehr diskussionswürdig, wurde sich aber sehr sehr oft gewünscht. Auch ich habe es noch in meinem Portfolio. Ihr wisst auch, wo die Spotkäufe betrieben wurden. Und deswegen wollten wir uns das heute jetzt nochmal ganz in Ruhe anschauen, was ist passiert, warum hatten wir diesen Abverkauf. Gibt es überhaupt noch ein bisschen Zukunft und was sind die Möglichkeiten in einem Bullrun für IOTA? All das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video anschauen. Bevor wir jedoch starten, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram Gruppe auf jeden Fall joinen. Wenn ihr Bock habt, Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und weiterhin könnt ihr auch IOTA bei meiner Lieblingsbörse BingX kaufen, wenn ihr Bock habt, IOTA dort zu kaufen. Oder auch alle anderen Altcoins oder Forex zu traden etc. pp. Meldet euch gerne bei BingX an. Mit meinem Link unten in der Videobeschreibung spart ihr auf jeden Fall nochmal 10% an Gebühren lebenslang. So, dann gehen wir aber rein zu IOTA. Momentan traden wir bei 17 US-Dollar-Cent. Man muss schon sagen, auf Daily-Sicht wirkt dieser Chart ziemlich langweilig. Zumindest hier mal in diesem Zeitraffer. Wenn wir das Ganze aber dann mal deutlich weiter rausziehen, sehen wir, dass wir von unserem All-Time-High hier oben bei knapp 2 Dollar, na, was hatten wir, 2,70 Dollar, mittlerweile bodenlos tief gesunken sind. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Man muss aber wirklich fairerweise sagen, der Haupt-Up-Trend, äh, der Haupt-Down-Trend wurde nach oben hin durchbrochen. Das ist aber hier schon geschehen am, was hatten wir hier, 13. Januar, also Anfang des Jahres, Trendwechsel immer im neuen Jahr. Ja, hier hat sich es bestätigt. Daraufhin hat sich ein neuer, ja, nicht mehr so starker Downtrend, sag ich mal, erübrigt. Den haben wir jetzt auch durchbrochen. Und dann gab es ja auch noch die News vor nicht allgeraumer Zeit, am 16. September ist es knapp, na, ist, glaube ich, schon wieder ein bisschen länger her, eineinhalb Monate, ja, dass IOTA die Supply um 65% erhöhen wird. Das hat für einen weiteren Abverkauf gesorgt. Das müsste im Endeffekt ja hier diesem Zeitraum gewesen sein, wo es dann den nächsten Abverkauf gab, mit keinem neueren Tief. Das heißt, die Supply wird um 65% erhöht, hat aber für den Kurs erst einmal überhaupt keine wirklichen signifikanten Auswirkungen gehabt, weil wir technisch gesehen in dieser Range schon etwas länger hier verweilt sind. Heißt aber für uns auch, wir sind charttechnisch gesehen grundsätzlich weiterhin in einem Downtrend, weil wir tiefere Tiefs bilden. Wir haben noch kein höheres Hoch gebildet. Dieses wäre hier bei ca. 0,1875 zu brechen. Dann können wir hier zumindest mal das Ende dieser oben genannten Range hier bei knapp 20 US-Dollar-Cent erreichen. Und da müssen wir dann aber auch wirklich ein Wiki-Close drüber schaffen, damit hier wirklich mal eine nachhaltige Trendwende ist, auch für einen möglichen Bullrun. Ansonsten sieht der Kursverlauf derzeit nicht wirklich schön aus. Also IOTA ist, glaube ich, für viele, weil es halt ein deutsches Projekt ist, immer noch so wie XRP, ein bisschen vergleichbar von der Fangemeinde. Man sieht es an den YouTube-Clicks, man sieht es an den Communities. IOTA hat relativ eine große Fangemeinde immer noch. Und das Ding ist, es ist sehr, sehr spekulativ. Ich bin hier auch noch drin. Wir haben aber damals einen sehr, sehr guten Entry gekriegt, hier bei 0,15 US-Dollar-Cent. Das war unser Entry-Zone. Hier unten diese grüne Box, wo wir mal drüber gesprochen haben, mehrmals. Erster Wig, der wurde dann gefüllt, zweiter Wig hinterlassen. Und dieser zweite Wig hier unten, den sollten wir für längerfristig noch mal ein bisschen im Blick behalten. Weil den weiß ich nicht so genau, ob der nicht noch mal angetestet werden möchte. Hier bei 0,13,21 könnte gut passieren. Sollten wir es nicht schaffen, hier ein höheres hochzubilden, sondern an dieser Range hier wieder zurückgewiesen werden, dass wir hier noch mal runtergehen und dann erst diesen finalen Pump starten. Ansonsten ist es meiner Meinung nach eine Möglichkeit, hier in dieser Range zu akkumulieren. Das heißt hier zwischen 0,20 und 0,13 US-Dollar-Cent. Ich würde diesen Altcoin aber nicht sehr, sehr hoch gewichten in meinem Portfolio. Ihr wisst, dass ich meine Altcoins in Low-Caps, Altcoins jeweils aufteile. Ich würde IOTA hier ein bisschen Mittelding machen. Ich würde es jetzt nicht als Shitcoin bezeichnen. Ich würde es aber jetzt auch nicht als mega geiler Altcoin bezeichnen. Deswegen im Portfolio zu haben, ist glaube ich nicht verkehrt. Weil auch natürlich, wenn wir jetzt einfach mal nur die Prozente nehmen. Und ihr wisst, es sind alles nur Spielereien. Wir gehen jetzt einfach nur mal prozentual die ganze Sache an. Vom jetzigen Stand bis zum All-Time-High einfach mal hoch, würden wir hier bei 1.400% liegen. Ich gehe nicht davon aus, dass das All-Time-High hier erreicht wird. Deswegen gehen wir hier ein bisschen passiv heran, was längerfristig anbelangt. Passiv heißt in diesem Sinne Golden Pocket. Und das Golden Pocket würde bedeuten 800%. Also das ist so die Gewinnmarge, die ich sehen könnte, möchte, würde. Wäre zumindest so mein Hauptding, wo ich sagen würde, okay, hier im größten Teil auf jeden Fall mal raus dem Golden Pocket, weil ich nicht bei vielen Altcoins, das habt ihr jetzt auch schon bei den anderen Altcoin-Videos gesehen, nicht immer davon ausgehe, dass wir hier wirklich das All-Time-High nochmal erreichen. Deswegen lieber ein bisschen passiver, 0,5er bis zum Golden Pocket. Das sind so die Zonen, wo ich sagen würde, okay, hier könnt ihr auf jeden Fall dann eure Profite nehmen. Fraglich, ob das All-Time-High hier jemals erreicht wird mit eben diesen Tokenomics. Ansonsten, wie gesagt, schöne Range. Wir haben den ersten Step gemacht. Wir haben diese Downtrend-Linie nach oben hindurchbrochen. Das Volumen zuletzt auch wieder etwas angestiegen. Stimmt mich auch etwas positiv, nachdem das Volumen zuletzt immer nur nach unten gegangen ist. Sehen wir jetzt endlich mal wieder hier positives Volumen. Deswegen machen wir den Strich mal hier weg. Den habe ich nur fürs Video noch drin gelassen. Jetzt kommt es halt darauf an. Wir müssen die Marke von 0,20 US-Dollar-Cent nach oben hindurchbrechen. Schaffen wir das auf Weekly-Sicht? Ist das Ding bullish? Und wir können auf jeden Fall mal hier nächsten Step Richtung 24 oder sogar 27 US-Dollar-Cent pumpen. Das wären so die nächsten Ziele. Und ihr wisst, ich gehe bei 100% Gewinn, werde ich meinen Einsatz rausnehmen. Und da fehlt nicht mehr viel. Ganz ehrlich dann, wenn wir hier unten, für Leute, die die Altcoin-Videos schon länger gucken, war hier unten schon mal der Einstieg bei 0,15. Das heißt, bei 0,30 werden wir erste Profite nehmen. Aber für alle anderen, auch hier, das macht es nicht viel Unterschied. Also, ich finde diese Range gut zum Akkumulieren. Ihr müsst euch aber darauf einstellen. Und jetzt kommt nochmal so ein richtig fetter Happen. Sollte diese Range hier nachhaltig durchbrochen werden bei den 0,13 US-Dollar-Cent. Oder bei den 13 US-Dollar-Cent. Wir haben hier noch einen extrem langen Rig bei 0,15 US-Dollar-Cent. Und das wäre dann auch wirklich erst die nächste Kaufzone. Das heißt, ich nutze diesen Zeitraum hier oben. Ich habe ein festes Budget in dieser Range. Wenn wir nach unten hin durchbrechen, werde ich hier unten nichts mehr kaufen. Der nächste Preisbereich würde dann erst zwischen 0,15 US-Dollar-Cent liegen. Also, es ist ein verdammt High-Risk-Altcoin. Das muss man wirklich fairerweise dazu sagen. Deswegen gehe ich hier auch ein bisschen passiver an, was das Video anbelangt. Aber es gibt Chancen. Also, wer an das Projekt glaubt, natürlich ist das Ganze mit den 65% Supply-Erhöhungen ein absoluter Scheiß-Drick. Fand ich damals auch mega kacke. Trotzdem, Ranged-mäßig oder Chart-technisch haben wir hier auf jeden Fall die Chance dazu, dass sich hier auf längere Frist sich mal etwas tut. Gerne mal eure Meinung zu dem Projekt unten reinschreiben. Sagt ihr, absolute Shit-Projekt. Oder, nee, ich bin auch drin. Ich bin aber absolute Minus, so wie ich es in der Gruppe schon mitbekommen habe. Oder sagt ihr, nee, ich lasse die Finger davon. Ich gehe lieber in Luna. Ich gehe lieber in FTX-Token. Was weiß ich. Schreibt es unten gerne mal in die Kommentare rein, was ihr von dem Projekt haltet. Kurzfristig, wie gesagt, befinden wir uns in einem Aufwärtstrend. Aber hier oben die Range, das wird meiner Meinung nach das Entscheidende werden. Trade-technisch würde ich hier momentan einfach nichts eingehen. Die Märkte sind meiner Meinung nach ein bisschen überhypt. Aber gut, warten wir es einfach mal ab. Ja, ansonsten bleibt nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und wir hören uns zum nächsten Alcoin-Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, step up.